so schlecht nur du hast niemand geschlagen soviel und das war das beweise ja was ist das hier für ein stein wetten auch egal wenn du ja witzig der wird immer größer werden wahrscheinlich den schnee haben sogar gemacht dann ja und dann in das loch doch 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 auch meint er echt dann kann man mit der auf der brücke zurück ja klar tatsache richtig geil so war mal hier hoch scheinbare wand voraus das glaubst du selber nicht doch hier ist irgendwas tatsächlich sieht zumindest aus ja hier oben ja hier hinter ist jetzt wieder einer der ritter wahrscheinlich dann ja dann erster den zweiten können wir gleich noch zusammenholen den habe ich ja wie gesagt schon geholt als ich versucht habe irgendwie das ist nichts auf der anderen seite gucke ich jetzt gerade mal sieht nicht so aus dann ich glaube es gibt vier das heißt ja du hast jetzt ein ich habe ein gut ich kriege jetzt hier gleich meinen zweiten dann durch dich kann man den angreifen lass das doch ich dachte jetzt passiert irgendwas lass das doch ist ja dein ritter in deinem spiel ich habe mal so eine story verlieren verliere ich an an leuchtkraft so von meinem geld als als ja ja daran erkennt man wahrscheinlich dass es gleich vorbei ist also werden übrigens den abhanger unterrutschen können wahrscheinlich ich habe mal so eine mega ist eine story gehört als personen web tv sender als dagswurz 2 rausgaben und die das spiel quasi präsentiert haben da kam so ein entwicklerteam zu denen hat das spiel den vorgestellt und ja mit einem charakter von einer aus diesem entwicklerteam gespielt ja was passiert einem greifen npc an die war mega piste ganze spiel versaut dann muss man rechnen ist halt dags holzer so ich bin gleich wirklich fast schwarz und muss jetzt wirklich vorbei sein um ja das heißt was heißt das sind ja du musst ja wieder zurück zum bonfire wie viele seelen hast du denn jetzt nicht das 106.000 dann lass doch mal gleich wenn wir dich jetzt nicht egal also ich wollte jetzt ungern sterben ja ich kriege es ja gleich mal die folge lang für sich erfüllt ich habe jetzt ab ja warte mal bei mir im spiel bin ich wo bin ich denn ich bin ja auch ein bonfire bin ich ja mehr oder weniger beziehungsweise in dieser kleinen höhle da ja genau soll ich dann da im hin raschen wir machen das eben für dich und da war zuerst leveln was machst du jetzt gerade bis jetzt gerade am teleportieren ja das ist schlecht weil du hättest jetzt ohne gegner da wieder hinrennen können ja ja du musst ja nur jetzt einmal hier von deinem bonfire oben über den über den hang durch die tür und dann hier in die höhle rein dann habe ich da ja schon das sein da können wir eben durch waschen da können wir den so schon den den dritter für mich dann auch holen ja dann zeige ich dir dann wo der andere ist ist auch nicht schwer zu erreichen ja und da müssen wir mal einfach mal durch das komplette level gehen und die anderen ritter halt klar machen wir es gibt glaube ich vier stück insgesamt kam gerade so ein komisches hinterher gewandt kam mir so ein komisches spiel muss pp ich auch vor zusammengehend nein das soll dann also ja zusammen können wir gerne natürlich gehen wir gerne mit dem machen aber nicht jetzt wir sind professionell wir nehmen auf nein nein die guten kinder zu ja echt mal nur nur da locations of the noise nights du willst du doch nicht gucken aus dem sms bekommen ist so ein kleiner ist auch laut von behind the foggates das wird können wir von mir dann welchen position of castaway mit stoner To reach you you need to start as a dwelling bonfire, run until you reach the ramparts, staircase, blocked ice, and continue until you reach the bottom of the area. Ah! Miss? Ich glaube, bei der hier fehlt uns noch... Scheiße, keine Ahnung. Wo bist du jetzt gerade? Achso, Entschuldigung. In diesem kleinen Raum. Ja, Entschuldigung, ich habe das übersehen, weil ich am Lesen war. Ich muss jetzt gerade erst mal gucken, welchen wir jetzt gerade schon geholt haben. Ah, take the elevator up and head up the hill. Ja, okay, das ist der zweite. Und ich glaube, ich habe... Light where the ice was previous work passage. Ja, genau. Ich habe Nummer eins und du hast jetzt Nummer zwei. Und jetzt holen wir uns für mich Nummer zwei. Und dann holen wir für dich Nummer eins und dann haben wir noch three and four. Juhu. Juhu. Ich freue mich auch. Trägerisch. Du bleibst du. Ich liest mir gerade etwas mit einem schweren Bolzen durch. Schatten von Fossi wurde gerufen. Der goldene. Der goldene. Also ich bin dafür, dass du vorrennst und ich renne hinterher. Und dann einfach da durch. Ja. Jolo. So. So als wenn wir halt genug Seelen hätten und die Seelen gar nicht nötig hätten, sozusagen. Ja. Ja. Ich trifft da wieder. Das war klar. Ich bin da. Ja. Dann druff. 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 Macht's gut, ihr Luschen. Da lag ein Item. Was war das? War das Krabs? Ja. Irgendein Balsam. Du sagst es einfach nur so bestimmt. Muss ich raus. Nein, das sage ich nicht nur so. Das war, äh, das weiß ich noch. Mhm. Du hast ein Schwert gewechselt. Ja. Komms. Und das hier mal ausbundieren. Okay. Und das ist irgendwie schlechter. Bisch. Hoch. 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 Jetzt habe ich wieder mein rumschwert. Dein, dein Brotmesser. Ja. Du hast das weiß ich sehe überhaupt nichts. Dein Zahnstocher. Ja. Du hast das weiß ich sehe überhaupt nichts. Dein Zahnstocher. Ich hole dir eine auch, dass wir ratenabgang. Ja. Du hast das weiß ich sehe überhaupt nichts. Du kannst sehen. Drecksviecher. Oh Gott, ich bleibe immer an das Liga nicht hängen. Achtung! Ha! Dodge that way. Dodge like a bro. Die like a low. Ja, wer hätte ich gerade fast gemacht. Meine Nase juckt. Achtung! Ha! Dodge like a... Ja, läuft bei ihm. Wie geil! Rebenbalsam. Auf sowas stehe ich total. Hi! Ach dann war das das Balsam. Und dann weiß ich nicht mehr. Oh! So macht man das. So. So genau, ja. Spaß muss sein. Schneemann. Immer wieder schön anzugucken, ne? Ja. Buff. Ja, schön. Bei Sunlight Blade habe ich gesehen, hat einer damit tatsächlich einen Invader klar gemacht. Echt jetzt? Ja, war ziemlich gut anzusehen. Wieso bleibt der denn da stehen? Ne, ach ich weiß gar nicht wie das genau war. Der war also nicht auf der Brücke. Glaube ich. Sondern der war... Ich weiß gar nicht wo der war. Mach gut. So, jetzt habe ich zwei. Ein Ritter aus Elimlete sucht das Chaos. Dead Chaos. Kann ich eigentlich auch hier runter oder sterbe ich hier? Huiiii. Lol. Ja. Oh, jetzt liegen meine Seelen da, ey. Ernsthaft. Ich dachte, das bringt er eigentlich echt... Ernsthaft. Dann springt er da runter. Ich dachte, ich bin nicht gesprungen. Ich bin gerutscht. Ja. Ich dachte, ich kann doch jetzt hier runterrutschen und dann... Ach. Wahnsinn, echt. Toll. Schäm dich. Na, was heißt nicht schäm dich? So ein Scheiß. Erwartet, legst du dein Zeil nochmal da in der Hütte? Du bist jetzt meine 120.000 Seelen holen. Mein alter Fehler hat aus Versehen benutzt. Soll es statt das sein. Äh, nee, nee, nee. Dann kann ich auch eben nochmal kurz meine Waffe heilen. Mach den schon fast kaputt. Ja, ich komm da hin. Dann fahr ich zu beantworten. Dann fahr ich zu beantworten. Like a Boss. Wechsviech. Wollen wir nicht denn jetzt? Ach, warte, ja, ja. Da ist die Tür. Ja, und da kommt Uschi wieder. Wer ist Uschi? Was? Oh Mann ey. Vielleicht wird mich auch schon aufregen. Nee, ich schieße die ganze Zeit daneben. So. Zeilen ist da. Ich sehe nix. Ist aber da. Wo bist du denn jetzt? In dem Raum wieder? Ja. Ich sehe nix. Hast du den Ring genommen? Nein, ne? Nee. Gut. Achso. Pass auf. Wir machen hier eben menschlich, ne? Sehr schön. So, ich sehe eins. Pass auf jetzt. Nimm das nochmal weg und leg mal dein richtiges Zeilen dahin. Wollten wir ja testen. Wird aber nicht funktionieren. Richtiges Zeilen liegt. Echt? Das kleine liegt jetzt hier nämlich noch vor mir. Mein großes liegt jetzt aber. Ja, das dauert wahrscheinlich eine gewisse Zeit bis es aktualisiert ist. So, jetzt ist das kleine weg. Oder? Kann ich nicht sehen. Schattenwitten. Ja, ne. Das war das Schatten. Auf dem Rufsymbol fehlgeschlagen. So, das andere. Okay, komm. Um ganz sicher zu sein, machen wir hier nochmal den Ring. Mit Käffrey der alten Hühnersuppe. Mhm. Ne, ist nix. Ne, ist nix. Ich leg's nochmal. Kann sein, dass das mit dem Ring irgendwie noch... Wie aus? Fackt, keine Ahnung. 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 Nö. Okay, es wird nichts. Dann legt ein kleines. Ich nehm den Ring wieder ab, ne? Mhm, ich auch. Hab aufm Boden gemalt. Seh nix. Ich seh nix. Und wie läuft's bei Fallout 4? Ja, ähm, halte ich mich noch so ein bisschen mit zurück, weil ich halt noch auf mein Buch warte, ne? So, das gibt's auch im Buch zu. Jo. Dann will ich so ein paar Help-Videos wieder machen. Aber wie gesagt, ähm, ich will jetzt nicht zu weit spielen und so weiter, um irgendwelche Sammel-Items und so schon aus Versehen einzusammeln, ne? Sammeln halt, ne? Bin schon da? Ich bin auf dem Weg. Schon wieder ein schwerer Bolzen, die als Sticks. Was ist denn da los? Wollen Sie den Hinweis geben? Ja. Und der Hammer der Heiligen Glocke. Den hab ich, glaub ich. Naja. Das ist ja schon wieder anders. Geht's. Nechst einmal für dich. Danke. Seelen. Wir rushen wieder, ne? Wenn wir die... Keine Frage. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh no. Tja. Wie viel denn sonst liegt es? Die können ja hier nicht rein. Luschen. Oh, dann geht's schon tief runter. Guck mal, das ist ein Item. Geh mal gucken. Bist du hinter den Stellen und so einen Fußtritt geben? Putsch. Guten Tag. Wie tritt man nochmal mit L1 oder L2? L2. Ich dachte, das gibt es bei Stag 2 nicht mehr. Kann natürlich auch sein. Also ich hab schon. Ne, kann sein, dass es das nicht mehr gibt. Guck mal, Seelen. Ich bin jetzt ganz oben. Auf dem Weg dahin sterbe ich jetzt bestimmt wieder. Weil ich wieder zu ungeduldig bin. Oh, kann man hier runterrutschen? Probier mal. Wo bist du? Ich hab gerade den Gegner klar gemacht. Ich muss ja einfach durchgerannt. Klar. Ach so, wenn du hier oben bist, dann schlag mal gegen den, äh, gegen den. Lull. Lass. Jetzt kommen wir die ganzen Gegner runtergerutscht. Wie geil ist das denn? Wenn du, wie gesagt, wenn du oben bist, dann schlag mal gegen den. Ich bin gleich tot, alter. Wieso ist der jetzt schon wieder so krass geheilt? Du bist tot, kann das sein? Oh ne, du lebst noch. Dieses dumme kleine Viech da unten bin ich wieder. Der hat hier aber wirklich gar nichts drauf. Alter, was hast du für ein Backstab? Wo bist du? Ich glaube, ich bin da. Nehmen dir. Okay. Ja, dann können wir jetzt ja zurückgehen. Freiwillige vor. Warte, ich schalte eben auf Estus. So, kommt, Jungs. Boah, jetzt kommen sie zum Dritten. Ist ja klar. So, ich hab meine. Muss ich jetzt wieder kommen, ne? Ja, das war wieder klar. Ich hab jetzt gerade geguckt, ob ich dann die so angreifen kann, dass ich zwischendurch aufhöre anzugreifen, um einmal mein Stamina wieder zu regenerieren. Und ob das reicht, wie ich die stanne, dass ich danach dann wieder loslegen kann. Oder dass die mich halt einmal treffen, was ist hier los? So. Oh. So, äh, ja, ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach weiter, ne? Ja. Und gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, wie weit ich halt noch da sein darf, ne? Oh, mit dem, mit dem, mit der Zwillingsklinge mach ich bei denen aber gar keinen Schaden. Und das ist ein bisschen tiefrot. Und das ist tief. Dunkel. 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 Tiefdunkel heute.